Was ist TTIP? Das Internet vernetzt alle Teile der Welt. So fordern immer mehr Menschen den offenen Zugang zu Wissen und Mitbestimmung. Internationale Konzerne sehen dadurch ihr Geschäftsmodell gefährdet. Sie fürchten den Verlust von Macht. Handelsabkommen wie TRIPS und ACTA sollen dagegen Grenzzäune errichten. Sie repräsentieren undemokratische Konzernmacht und Intransparenz. Abgeschirmt von Medienberichten und der Beteiligung der Bürger verhandeln zurzeit die USA und Europa TTIP. Gegenstand ist ein Abkommen zur größten Freihandelszone des Planeten. TTIP droht mit einschneidenden, nicht umkehrbaren Veränderungen vor Europa. Arbeitnehmerrechte, Bankenkontrolle und Klimaschutz sollen weit unter europäische Normen fallen. Genfood, Hormonfleisch und Chlorhühnchen landen dann auf unseren Tellern. US-amerikanische Industriestandards greifen unsere vielseitige Landwirtschaft an. Das Klagerecht und hohe Regressforderungen von Konzernen bedrohen regionale Märkte und unsere Bürgerrechte. Ein europäischer Datenschutz wäre nichtig. Stop TTIP. Für ein öffentlich verhandeltes, weltweites Abkommen unter breiter demokratischer Beteiligung. Stop TTIP. Zuerst der Mensch, dann der Markt. Stop TTIP. Denn die Welt gehört uns allen. stop TTIP. يعFلفzu wird uns allen. Dann attester die Dr. stop TTIP. stop TTIP. zur SCP-